Ich find das cool, wie die Zombies sich mit den Imps anlegen. Das hat's deal. Aua, aua, das ist heiß. Mir ist warm genug, braucht mich nicht aufzuwärmen. Ja, ass rein. Wir verstehen uns. So. Oh Gott, ist das hier eine Labyrinth-Geschichte hier. Bam, bam. Oh, da ist noch was anderes zwischen. Mäh. Imps, jetzt mach mal einen Abgang, ich muss mich mal um was anderes kümmern hier. Aua. Sag mal. Wieso brauchst du diesmal so viele Schläge? Na toll, jetzt brauch ich Hilfe. Aber es wird es bestimmt noch irgendwo geben. Ähm. Weil wenn ich die Souls-Fair nachher einsammeln will, dann will ich natürlich 100 Helfer haben und nicht so wenig hier. Das lohnt sich ja sonst nicht. Gut, ich glaube ich habe alles. Na ja, bis auf die Secrets natürlich, ne. Oh. Hm. Ich denke, das hat sich für mich jetzt so ziemlich eliegt. Wo ist der Archweil hin? Das will er abhauen, oder wat? Hey, geil. Alles im Grünen. Hier ist noch ein Besick. Das war sogar ein Secret. Der Archweil zeigt mir, wo Secrets sind. Die sind echt nützlich, die Dinger, ne? Beim folgenden Level, äh, schenken sie mir ein Megasphäre hier. Schenken sie mir volles Health. Also, ich muss echt sagen, die sind echt hilfreiche Burschen. Echt zuvorkommend. Ein Fall für die Sniper-Chain-Gun. Wirkt nur bei... Seht euch das an. Sie wirkt... Die Sniper-Chain-Gun habe nur ich. Er hat nur die normale Variante davon. Tja, ja. Das ist nur für besondere Menschen. Sowas hat nicht jeder, ne? Ach, ist das herrlich. Ja, ja, die Chain-Gun. Ja, alle Secrets gefunden. Ich bedanke mich bei Marchweil ganz herzlichst. War jetzt aber auch nicht gerade schwer eigentlich. Hey! Was ist da in diesem Ding drin? Das wird sich bestimmt gleich aufklären, wenn ich diesen Schalter drücke. Tja. Das ist ein Fahrstuhl. Hä? Was war das denn? Das sah ja komisch aus. Ach, ne Treppe. Nett, nett. Abgang machen, bitte. Das ist nur der Fahrstuhl, nehme ich an. Ist es auch. So. Na, als ich wieder voll Hilfe habe, finde ich super. Oh, es geht schon vorzeitig runter. Hä? Komme ich von da nicht her? Klar. Kein Plan, ob das richtig ist. Ich werde jetzt... Hä? Verarscht mich nicht. Das mag ich nicht. So. Nun kann ich mir die Souls-Fair holen. Oh, da sind ein paar Kandidaten, die ich mit ein... Äh... Ich wollte doch nicht laden eigentlich, ne? Ne, scheiße. War jetzt Reflex. Naja, gut. Mein Rook ist mir verzeihen. Ähm, ja. Ja. So's here. Ja, gut. Dadurch habe ich es mir jetzt einfach gemacht, weil ich jetzt darauf reagieren konnte. Aber wurscht. Ausnahmsweise. Wird bestimmt noch schwierigere Levels geben. Also von daher... Möge man es mir verzeihen, dass ich jetzt einmal geladen habe. So. Aber die Kandidaten gehen mir auf den Keks. Nun mach dir drauf. Na, warte Spinnen. Das kriegt ihr wieder. Also hat sich das eh schon gebrächt. Sie wollten mir trotzdem... Was abziehen. Tja. Ich konnte sie nicht auf sie sitzen lassen. Aua, 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 aua. Okay, ich gehe glaube ich erst mal doch wieder. Ey, hau ab Lampe. Gut, äh, es hat sich eh übrigt. Also, sonst habe ich eh genau den gleichen Schaden wie vorher. Na also. Ein Fall für die Sniper-Shane-Gun. Nein, ein Fall für die Super-Shot-Gun. Eindeutig. Ich will das aus der Nähe sehen, wie du krepierst. Du hast mich schlicht geschlagen. Verlässt du Miststück. So. Hab ich schon wieder fast keine Souls-Fair mehr hier. Ja. Da werde ich dich wenigstens leiden sehen. Wie viel ist denn in dem Level noch? Ist ja gar nicht mehr so viel. Dann nehme ich mal diese Shotgun-Boxen hier mit. Äh, und jetzt habe ich keinen Plan, wo ich hin muss. Ja, die Markierung kann weg. Die brauche ich nicht mehr. Ich habe es jetzt ja. Da hinten ist noch was passiert. Oder? Das sieht jedenfalls schwer danach aus. Dann wollen wir da mal hin. Äh, wie komme ich denn da mal hin? Das ist jetzt... Äh, rechts irgendwie, ne? Hier, ernsthaft? Scheint so. Irgendwas habe ich hier noch nicht abgeschlossen. Oh, ich höre hier sogar noch Gegner. Ich habe tatsächlich noch was nicht abgeschlossen. Na gut. Dann wollen wir da mal hin. Oh. Na toll. Hä? Verarschen? Ach, ich verstehe. Ich war bei den... Ah. Ich war da hochgegangen, aber dann hier nicht weiter. Oder wie? Äh, war das... Ne, war es nicht. Ja, beide auf einmal. Geht nicht mit Faust. Das waren einfach zu viele. Leider, leider. Das mache ich gegen dich. Auf jeden Fall erst mal. Oh, das sind zwei. Ich möchte möglichst nicht noch mehr Schaden nehmen. Vielleicht kann ich ja noch eine Säule vorrücken. Vorrücken. Du sterbst, bitte. So. Ja, das geht. Das geht super. Gehen viele Kugeln rein. Top. Die Säulen erweisen sich als praktisch. So. Okay. Oh, hier ist das Exit. Haben auch alles abgeschlossen. Gut. Äh, ich bin aber noch nicht ganz zufrieden mit meiner Munitionsgeschichte hier. Hören wir mal diese Schadengun hier mit. Und dann suche ich noch Shotgun. Da ist noch mehr Schadengun. Super. Die Sniper-Schadengun ist wieder einsatzbereit. Aber hier ist auch garantiert noch irgendwo Shotgun. Da bin ich mir ganz sicher, dass hier noch irgendwo Shotgun ist. Hier muss noch Shotgun sein. Ich weiß auch, wo Shotgun war. In dem Außenareal war Shotgun. Ich will jetzt noch Shotgun, bevor ich abhaue. Wie lange spiele ich an dem Level eigentlich schon? Ja, bin eh drüber. Dann kann ich auch in Ruhe meine Shotgun suchen. So. Okay. Shotgun? Ich weiß, dass hier irgendwo Shotgun war. Oder habe ich die... Ah, ne, die habe ich schon eingesammelt. Ah, hier ist nochmal Shotgun. Ah, aha. So, jetzt noch eine Shotgun von dem... Von so einem Zombie und dann wäre ich zufrieden. Müsste es doch eigentlich auch noch geben. Hätte ich mir die Boxen da oben noch doch noch nicht alle eingesammelt. Ha, ha, ha. Egal. Wegen zwei Schuss, äh... Ja, wollen wir uns mal nicht einstellen. Okay. Dann nix wie weg zum Ausgang. Äh, das laufe ich aber gerade nicht zum Ausgang irgendwie, ne? Nicht so wirklich. Ja, da war ja... Ja, genau. Die rote Tür. Nicht die blaue, die rote. So. Lalalala. So. Genau, hier. Oh, da lacht noch eine Scheme. Ja, dann speichere ich das Ganze nochmal. Und mache die Musik mal wieder leise. Weil... Hier ist sie ja wieder lauter. Ja. Das war Level Creator. Und dann sehen wir uns gleich in Level 13 wieder. Also bis gleich.